moin moin meine lieben freunde zurück zum neuen video von mir heute natürlich wieder in aller frische frühe morgen nach dem aufstehen man kennt es ich will ehrlich mit euch sein mir sind absolut alle ideen für neue videoformate ausgegangen deswegen sind wir an dem punkt angekommen wo es geschehen ist es ist einfach passiert ok oh shit mein akku ist leer leute ok leute ich bin wieder da ich bin absolut 24 stunden irgendwie weg gewesen weil ich einfach kurz zwischendurch bekommen habe und dann habe ich mir einfach was zu essen gemacht man muss prioritäten setzen ich sehe gerade hier ich habe open world kost software auf jeden fall ich habe mir so ich muss sagen ich habe überhaupt gar keinen bock mehr darauf ich habe schon eigentlich vergessen warum ich dieses video aufnehmen was ist hier sich ideen für youtube videos ausdenken alles klar brauchen wir nicht mehr ich bin voller energie wir machen jetzt einfach eine ganz spontane folge von 5 arten von du bist nicht du wenn du hungrig bist alter ist alles nur zustande gekommen weil ich hunger hatte so ihr müsst euer brain einfach anstrengen wenn ihr hunger habt geht einfach was essen sonst könnt ihr nicht klar denken geh weg alter also typ nummer eins bin eindeutig ich so esst was und dann könnt ihr euren kopf anstrengen dann habt ihr freien gedanken lauf aufgabe das sie was nummer zwei sind die leute die vollkommen ausrasten ohne essen du siehst schon die kommen zum treffen irgendwie drei vier stunden zu spät und du fragst du alles ok und sie so fass mich nicht an du denkst du einfach nur so ok da will vielleicht willst du ja was essen du bist nicht du wenn du hungrig bist und dann siehst du gibst ihnen du gibst ihm natürlich was auf deinen nacken aus es muss auf deinen nacken kommen sonst sind sie auch nicht zufrieden dann fressen sie was und dann sind sie auf einmal happy as fuck alter sind sie die glücklichsten menschen auf der erde platz nummer drei sind die leute die ganze zeit rumschreien wenn sie dich das sind schlimme menschen das sind ganz ganz schlimme menschen wie zurück jetzt ich war mal mit einer person draußen und die hatte hunger und das fängt ganz langsam an so du du merkst die symptome gar nicht ist wie bei einer krankheit ganz ganz langsam fängt es an fangen sie auf einmal an zu stöhnen und die denkst du so was geht bei dir jetzt ab und irgendwann so nach zehn minuten wird es dann stärker so fangen sie erst richtig an zu 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 hyperventilieren fangen an so richtig auszurosten warum schreist du so fett rum bis dir denn auffällt dass im hintergrund ein richtig fettes gerummen am start ist und das wahrscheinlich ist dein magen und dann denkst du dir kommst du nur auf die idee digga willst du mal was essen und er dann so ne 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 ich hab keinen hunger ist alles okay schreit die nächsten paar minuten wieder extrem rum total gereizt ok sollte hier vielleicht nicht so rumschreien weil manche leute hier noch schlafen auf jeden fall das war platz drei war das platz drei ja ich glaube das war platz drei wir mal zu platz vier ja die sind vollkommen andere menschen eigentlich einfach wenn die was essen je nachdem was sie essen also wenn du jetzt so ein billig produkt aus lidl oder so frisst ja dann chillen sie mit dir ganz ok labern mit dir als ob nichts passiert wäre alles knackig ne und dann essen sie irgendwas hochwertiges sie essen keinen döner so sie fragen du fragst sie so um wollen wir uns mal einen döner teilen oder da hinten so einen und sie so nee ich bin jetzt hochwertiger ich hole mir jetzt extra reingeflogenen importierten kavier aus italien und du stehst nur daneben ja freundschaft beenden platz nummer fünf meine freunde wäre der typ der richtig viel frisst aber ich kann das video nicht kavier aus italien ja freundschaften